Die Kuppelproduktion ist eine Sonderform der Fertigungstypen und beschreibt die gemeinsame bzw. simultane Herstellung mehrerer Produkte in einem einzigen betrieblichen Produktionsprozess oder den Anfall von Nebenprodukten während der Produktion. Die entstehenden Erzeugnisse heißen Kuppelprodukte. In der Sichtweise einer ökologischen Produktionswirtschaft ist die Kuppelproduktion der Regelfall einer Produktion. Da in dieser alle meist mit der Vorsilbe ab versehenen Ergebnisse einer Produktion ebenfalls betrachtet werden, also Abfall, Abwärme, Abwasser etc., auch dies sind mit entstehende Produkte, die sinnvollerweise nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, sondern auch durch die Kostenrechnung und Kalkulation mitverfolgt werden sollten. Ein solcher Ansatz weist oft auf Lösungsmöglichkeiten hin. Solche Produkte ebenfalls zu verwerten oder zumindest in ihrem Anfall und Beseitigungskosten zu reduzieren, Wortstamm Das Wort leitet sich von den mittelhochdeutschen Verben Kuppeln, Koppeln ist gleich an die Leine legen, verbinden, ab. Man findet daher auch die Begriffe Koppelprodukt und Koppelproduktion anstelle Koppelprodukt und Koppelproduktion für diesen Sachverhalt. Koppelprodukt und Koppelprodukt und Koppelprodukt Koppelprodukt